hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft 4d bis infinity mit mir eurem windstiller hallöchen wir haben das letzte mal prozessoren hergestellt ich habe zwischendurch mal hier diamanten reingemacht weil die piozertus quartz teile fertig waren dann habe ich die diamanten raus und habe ich das letzte mal noch ein bisschen silikon gepresst nur gleich mal mit meister es hier rein weil dann kann mich die hier weiter arbeiten wir nehmen schon mal alle prozessoren mit dir fertig hat und schmeißen in system rein die da und die da schon mal das reicht glaube ich erst mal damit kann man kann man jetzt mal arbeiten mal gucken was hat unsere quasi so alles ans licht gebracht es sieht so aus als ob wir weder uranium hätten noch ilorium war das heißt wir sind jetzt quasi im notbetrieb mit unserem reaktor mit dem plutonium ist die quarry dann durch es kommt zumindest nichts mehr okay ich glaube wir sollten mal die köpfe müssen umsetzen sonst macht nicht bald unsere reaktor gar keinen mugs mehr das ist natürlich schlecht ich wollte es eigentlich nicht dann anfangen die köpfe zu setzen sondern mit der automatisierung automatisierung ein bisschen weitermachen gut wo es setzt man sie denn hin weil jetzt hier am sport möchte ich eigentlich mal so viel machen ich denke mal hier das sieht relativ flach aus ja ich glaube da macht einigermaßen sinn jetzt müssen nur diese teil hier suchen zeigte nur eine richtung an ich meine aber der andere war irgendwo in dieser richtung hier fliegen wir kurz rüber und schlecht schlecht wie gesagt ich wollte eigentlich mit der automatisierung weitermachen aber wenn wir jetzt damit keine energie mehr haben ist natürlich auch nicht so prickelnd ach hier ist es mehr ohne dahinten mal irgendwo die andere irgendwo am strand glaube ich hat man die hingestellt irgendwo hier müsste doch sein hier scheint sie noch durchgefahren zu sein dann müsste er irgendwo ach hier ist er und dann nehmen wir natürlich hier das holz auch mit das muss gleich nachher drüben wieder aufstellen können guck mal dass wir es einigermaßen schnell hinkriegen komm her zack 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 und wieder zurück und dann rest holen na gewächsskelett ich will jetzt nicht spielen und dann gehen wir mal nach drüben und bauen sie mal ein bisschen größer auf und dann gehen wir mal nach drüben wie gesagt ich will halt hier die ganzen berge nicht in erd blöcke umwandeln das wird nämlich irgendwann auch ein bisschen komisch aussehen glaube ich gut gut irgendwie würde ich sagen fangen wir doch hier an so einmal den einmal den dann stellen wir das teil hier hin und dann bräuchte ich gerade mal schnellen stift und zettel und dann schon mal höhe ist 88 88 88 2 und 967 guti dann fliegen wir erstmal in diese richtung das ist welcher wert ok der erste okidoki und dann gucken wir dass wir bei 967 ungefähr bleiben oh da ist noch ein berg dazwischen das ist gut das machen wir diesmal gleich ein bisschen größer ich denke mal dass ich relativ schnell wieder aufgehört hatte zu arbeiten weil ich mir die gebiete relativ klein gemacht habe von der krawi und ich ja immer nur einmal in der woche aufnehmen dann halt immer gleich alle drei folgen und dann hat die wahrscheinlich irgendwann nichts mehr zu tun und langweilt sich dann so wo haben wir angefangen bei 967 achso bei 882 jo ich glaube dann das sollte weit genug sein größe 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 genau 88 guck mal bei 77 so klappt ja wunderbar das ist immer so der supergau wenn das nämlich da nicht funktioniert wo man dann den ganzen weg wieder hin und her fliegen muss um zu suchen so ich hoffe mal das gebiet ist jetzt dann groß genug dass das erstmal eine weichen läuft und vielleicht auch mal über zwei wochen oder so das wäre super wo ist der chunk hin jetzt kommt er ich will da bloß nicht mal reinfliegen weil dann bleibt nämlich plötzlich so halb stehen das ist jetzt liege ich in die falsche richtung verdammt gott ich hätte würde das jetzt gerne machen also ich glaube ich schaffe in der folge fast nichts anderes außer die quali aufzustellen ist jetzt eher so suboptimal gut dann gucke ich ja dass ich in den nächsten zwei folgen ein bisschen schneller rein hau dass wir da ein bisschen mehr geschafft bekommen ich sage wenn wir keinen jelorium mehr haben und kein plutonium ist es halt relativ äh nicht so gut sag ich mal weil ohne energie schafft sie schlecht wo ist er denn genau hier jetzt machen wir auch gleich mal noch einen wegpunkt zur curvy äh nein so j neu gut dass wir die auch wieder finden und dann das nächste gucken wir mal dass wir jeweils in die richtung kommen na na ist doof dass das schirm nicht mehr aufgeht irgendwann klatsche ich mal auf dem boden wegen dem ja und hier kommen wir gar nicht so weit weil hier weil hier halt es mehr ist okay hm dann ist ja gut dass wir in die einrichtung ein bisschen weiter gegangen sind äh 822 ach ne 882 ist hier hier unten hier unten super auf dem baum vielleicht und dann 88 und dann haben wir noch ein bisschen stein 87 88 so funktioniert wunderbar und dann schmeißen wir die gerade noch schnell an und dann kann die mich erstmal laufen und uns hoffentlich auch wieder richtig schön viel gilorium bringen und da läuft sie perfekt so ähm ja genau ich habe das letzte mal dieses weizen in die sackmehl getan ähm da hat mich dann der freispiel darauf hingewiesen mir ist keine so gute idee weil wenn man die in die sackmehl tut kommt kein weizenmehl raus sondern ähm körner ja jetzt habe ich irgendwie 11.000 weizenkörner aber kein brot das ist äh ja jetzt nicht so optimal gelaufen deswegen gut nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen Zeugs mit äh ne ist nicht gerade die Körner davon habe ich mehr als genug äh davon hätte ich gern ein bisschen was und dann machen wir die halt schnell von Hand ist ja nicht so wild oh was oh fuck was macht der hier drin äh ich wollte ja noch umstellen dass ähm dass Creeper keinen keinen Sprengschaden mehr machen da habe ich beim Aboserver ja auch so eingestellt dass Creeper quasi nichts mehr hochfliegen lassen ist natürlich am Anfang oder bei Vanilla Minecraft nicht ganz so tragisch aber man ist halt in einem Modpack viel mit Technik arbeitet teilweise auch sehr komplex verkabelt ist es dann teilweise echt nicht mehr lustig wenn ein Creeper um die Ecke kommt und einmal die halbe Technik in äh weg sprengt deswegen ähm ja werde ich das auf jeden Fall noch umstellen so äh da hat es mir jetzt ein Elevator geklaut und ein Boden ja gut ist es nicht so tragisch ähm wir wollten ja noch dieses Pattern Terminal bauen beziehungsweise äh habe ich das gerade im Kopf ähm game rule mob griefing falls äh mhm mob ach map okay mob griefing okay muss ich mal gucken ähm wahrscheinlich irgendwo ein Rechtschreibfehler drin man muss es auseinanderschreiben ähm genau das wird jetzt verarbeitet und dann wollten wir da war gerade ein Leck drin das ist das ME Interface dann fehlt noch das Pattern Terminal genau ähm Pattern Terminal Pattern Terminal Terminal wo ist es denn hier zack wäre zu einfach gewesen wir brauchen erstmal ein Crafting Terminal äh da fehlt uns auch alles na das haben wir wenigstens jetzt haben wir schon mal das normale Terminal dann einmal ein Crafting Ding das kriegt man gerade noch so hin dann haben wir das da das da weg ähm Pattern Terminal schwupp und dann haben wir das auch goodie ähm einmal dran geklatscht wupp und wir können Pattern erstellen die müssen wir jetzt erstmal craften also wir brauchen jetzt erstmal leere Pattern ähm Pattern sind solche weißen Festplatten also hier Blank Pattern davon brauchen wir erstmal zwei, drei Stück was fehlt uns ähm das ist Quarzglas goodie ähm nehmen wir gleich mal ein bisschen was am besten mal ein Stack Schwupp Pattern na mit Shift macht's mehr Sinn schwupp haben wir jetzt mal 32 ist nicht viel aber wir können dem Pattern Terminal jetzt beibringen sich selbst Pattern zu machen ähm wir haben hier zwei Modis einmal Crafting Pattern Crafting Pattern ist quasi alles das was ich hier in dem hier machen kann das ist ein Crafting Pattern und dann gibt's ein Prozess Processing Pattern das ist immer dann wenn er etwas macht was ähm wenn man Ofen braucht das weiß ich wenn man Aloys machen muss oder wenn man irgendwas zerkleinern muss dann nimmt man diese Processing Pattern ähm werden wir jetzt auf jeden Fall ein paar mal machen was wir als erstes brauchen ist natürlich ein Rezept für das Glas ähm das war das Quarzglas wo haben wir es denn Quarz Glas hier dafür brauchen wir netter Quarztast und normales Glas so schmeißen wir rein jetzt sehen wir okay es ist ein normales Crafting Rezept hier macht er viel Glas raus wir drücken aber nach unten und wir haben das Rezept gespeichert das reicht natürlich noch nicht wir brauchen natürlich auch Glas und Zertus Quarz das das heißt ähm wenn er es nicht hat soll ich es sich selbst herstellen dazu brauchen wir jetzt erstmal eine Sack Mill nochmal Sack ähm Mill was fehlt wahrscheinlich so ein Frame oder hä verklickt ein Frame brauchen wir gleich weil wir wollen auch noch einen Alois Melder machen einmal das und einmal ein Alois Melder beziehungsweise davon brauchen wir zwei äh Really äh Iron ich zeige euch noch gleich warum wir zwei brauchen ähm Alois Alois so zack zack ich hab doch grad die Dinger gemacht oder ach ne halt da braucht er Öfen ähm das war einfach nur haha Couplestone die ich nicht hab äh Couplestone Couplestone da werden wir auch in der nächsten Runde auf jeden Fall ähm Deep Storage bauen ähm in die kann man dann lass mich nicht lügen ich mein zwei Milliarden Couplestone speichern haha dann haben wir auf jeden Fall kein Problem mehr dass uns das ME System mit Steinen voll läuft und wir haben auf jeden Fall immer welche so Couplestone hier äh eins zwei drei vier fünf sechs wupp ähm Alois Melder zack eins äh hab ich nicht zwei Cases gemacht ach ne es hat er hier an den Gittern gescheitert so nun aber zack zack dann brauchen wir ME Interfaces schwupp eins zwei drei weil wir haben drei Geräte und ich hätte die gerne in klein ähm kann man groß oder klein machen ich finde die großen halt Moment ich kann es ja einmal zeigen wenn wir es jetzt aufbauen apropos aufbauen ne wo baue ich es denn auf ich würde sagen wir müssen da eigentlich nicht ran nachher wir ich würde jetzt einfach mal hier hinstellen ähm ist zwar dann ein bisschen freischwebend sollte jetzt aber erstmal nicht störend sein ähm äh zack mel du erstmal weg zack zack und das Licht machen wir gleich wieder hin bevor uns nachher wieder ein Creeper besucht und dann ja wie gesagt es gibt einmal diese kleinen Terminals die würde ich eigentlich bevorzugen jetzt lasst uns mal kurz ein Podest bauen dass wir laufen können das große sieht halt so aus und die kleinen sehen halt ne sind halt ja meiner Meinung nach einfach schickter ähm so jetzt machen wir das klein und schmeißen es hier drauf hier die Kanäle waren glaube ich voll ne das heißt wir brauchen da 1 2 Kanäle ähm jo dann gehen wir einfach von dem hier weiter und fahren dann quasi hier drüben durch hoppala 1 2 ah ne wir können eigentlich auch oben drüber fahren ja genau machen wir es so rum äh kurze Kabel Kabel ähm hier haben wir noch 78 Stück perfekt nehmen wir mal ein Stack mit äh ne ne genau das wollte ich eigentlich nicht deswegen nicht hinten entlang genau ab hier geht man nach hinten 1 2 geht man nach hinten und dann einmal nach unten perfekt dann sind die jetzt erstmal gleich am E-System dran das heißt wir können die gleich mit Rezepten füllen ähm doch Kanäle 1 ach da sind die Stripes mit dran ach verdammt ähm hm ähm ok äh was ist das denn jetzt weg mit dir hat ja keiner gesagt dass es schön wird hier hinten wie gesagt wir müssen eh alles nochmal abbauen da kommen wir so oder so nicht drum herum äh einmal runter und hoch jetzt müssen sie alle gleich dran sein wunderbar jetzt brauchen wir noch Item Konto jetzt um an das hier dran zu kommen und Strom brauchen wir natürlich auch noch da fahren wir am besten äh wir müssen unter die Dinger hier dran das heißt wir müssen einmal unter das hier durchfahren und fahren dann auch hier rüber und zwacken uns das Zeug von hier ab ne na komm lass uns mal ein bisschen breiter bauen kann man sich noch überlegen äh ich weiß es ist alles sehr eng und sehr unübersichtlich hier hinten wird auf jeden Fall noch besser jetzt lass uns mal schauen äh Kondo jetzt äh ein bisschen Strom haben wir noch und ein bisschen Item gucken wir ob es reicht Strom 1 2 3 dann fahren wir da unten durch da hoch und connecten uns nicht weil 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 die grünen sind und wir die roten brauchen ja habe ich noch keine wrench doch ich hatte mal eine wrench gebaut ähm wrench komm her geht schneller so kommt der äh kommt der ja dann würde ich sagen brauchen wir wahrscheinlich erstmal neue Kondo jetzt äh Kondo jetzt ja ne uns fehlen die wirklich aber zip und zip und diese diese hier sollten das richtige ergeben so na komm her komm hoch und dann einmal ja genau hier und hier so jetzt kriegen die auf jeden Fall schon mal Strom korrekte Mundo und dann brauchen wir noch die Item Kondo jetzt ähm zack zack die müssen wir dann gleich noch konfigurieren äh das finde ich ja so geil dass die sich hier verbinden können das erleichtert so schön die Arbeit so jetzt müssen wir hier allerdings einmal kurz in den Boden uns reinbauen dass wir die Teile konfigurieren können äh äh extract always ne extract always extract ne always ne nicht never always so perfekt dann machen wir hier wieder zu und konfigurieren gerade das hier unten einmal und zwar auf insert guti dann würde ich sagen war es das von dieser Folge auch die ist schon wieder viel zu lang geworden mit 25 Minuten ich wollte eigentlich nur 15 Minuten Folgen machen aber ja ich glaube da ist auch meistens der Wunsch der größte Traum gut nächstes Mal befüllen wir die hier mit den Rezepten für ähm unser Glas und für den Dust und so weiter und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin tschüss tschau tschau und bye bye tschö tschüss 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 Vielen Dank.